Wir haben großartige Teams, bestehend aus selbstständigen Finanzberaterinnen und Finanzberatern, die einen tollen Job machen und Jahr für Jahr über sich hinaus wachsen. Dadurch haben wir eine hohe Relevanz im Privatkundengeschäft erreicht, was versetzt uns in die glückliche Situation, dass wir weiter wachsen. Wir schaffen einen soliden Rahmen, der Rechtssicherheit und Orientierung gibt und, und das ist uns besonders wichtig, ausreichend Freiraum lässt, um sich unternehmerisch weiterzuentwickeln und zu entfalten. Auf der einen Seite verstärken uns sehr viele Finanzprofis vom Markt, die schon lange Jahre erfolgreich sind, nun aber Lust haben, mit der starken Marke Deutsche Bank auf ein neues Level zu kommen. Also gerade mit Blick auf unsere jungen Talente, die zu uns kommen, sehen wir eine große Verantwortung, die wir als die Experten und die erfahrenen Berater haben, diese Menschen an die Hand zu nehmen, sie weiterzuentwickeln und sie genau in dem Tempo nach vorne zu kriegen, wie sie es möchten. Das ist genau die Infrastruktur, die wir bei der Deutschen Bank haben, die Kundenbestände, die Erfahrung und die starke Marke. Und das ist das, was uns am meisten Spaß macht an dem Job, bei jungen Talente zu entwickeln und nach einem Jahr zu sehen, dass wir gemeinsam Ziele erreicht haben, das ist schon mit der größte Erfolg, den man als Führungskraft im Vertrieb hat. Ich habe vorhin zum mobilen Vertrieb der Deutschen Bank gekommen, bin professionell Basketball gespielt, bin dann noch mal zur Uni gegangen, habe ein Diplom gemacht in Ökonomie und Management und ich habe mich dann für den mobilen Vertrieb entschieden und die Entscheidung habe ich bis heute nicht bereut, eine gute Entscheidung. Dann habe ich mir einfach bewusst gemacht, was ich kann, habe mir gedacht, du entwickelst dich auch immer weiter, was soll schon schief gehen, probiere es einfach. Und ja, es war die beste Entscheidung. Am Endeffekt wollte ich mich persönlich weiterentwickeln, wollte diese Freiheit und habe deswegen das Modell herausgeführt. Ich habe die Chance rund um die 2000er Zeit, um bei HSBC Trinkhaus Aktienhändler zu sein. Wir haben fünf tolle Jahre, aber ich habe gemerkt, ich bin am Kunden, fühle ich mich viel wohler und dann bin ich zur Deutschen Bank gekommen. Wenn du beharrlich bist und dran bleibst, dann hast du hier alle Möglichkeiten, erfolgreich zu sein, in einem super Team zu arbeiten. Ja, du hast Freiheiten, aber es liegt an dir. Wenn ich gut bin, werde ich dafür honoriert, bezahlt. Und ich glaube auch so ein gutes Zeichen für den Kunden. Also ich bekomme nur dein Geld, wenn er zufrieden ist, wenn mein Kunde zufrieden ist. Und es gibt überhaupt nichts Besseres und dann kann man sagen, okay, für meinen Erfolg bin ich verantwortlich und ich werde dafür auch fair, fair bezahlt. Und deswegen kann ich das jedem nur empfehlen. Wir sind ein Allfinanzvertrieb. Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über eine hohe Expertise. Es gibt keine Finanzanfrage unserer Kunden, die wir nicht bedienen können. Entweder im Hause Deutsche Bank oder aber in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern. Ich war recht jung, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Für meine Eltern war das eher etwas Besorgniserregender. Mittlerweile haben sie gesagt, es war das Beste, was du tun konntest. Jeder, der Spaß hat, Kunden zu beraten. Jeder, der Spaß hat, am Umgang mit Menschen, dem kann ich konkret empfehlen, in den mobilen Vertrieb zu gehen. Es ist eine ganz andere Motivation. Also es ändert sich schon was, wenn man mehr Verantwortung für sich hat und das Ergebnis vor allen Dingen auch beeinflussen kann. Einmal ein mainsanstalt. Endgame Vielen Dank.